Willen zu gehen heißt mitzugestalten, aktiv teilzunehmen an der Frage, wie sieht die eigene Zukunft der Stadt aus. Und deswegen gehen Sie zur Wahl, zur Integrationsratswahl am 13. September, genauso wie zur Kommunalwahl. Am 13.09. sind nicht nur die Kommunalwahlen, sondern auch die Wahlen der Integrationsräte und Integrationsausschüsse. Und ich möchte Sie herzlich einladen. Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Es ist ganz wichtig, dass sich möglichst viele an der Wahl beteiligen, denn das stärkt diejenigen, die sich vor Ort dafür einsetzen, unsere Gemeinden, unsere Städte noch besser, noch attraktiver zu machen und auf ihre Wünsche, ihre Sorgen und Nöte und ihre Anregungen einzugehen. Nur wenn wir alle gemeinsam mitmachen, können wir unsere Gesellschaft verbessern. Die Integrationsratswahlen haben jetzt schon angefangen, durch die Briefwahlen. Am 13. September, 18 Uhr, endet die Möglichkeit, Integrationsräte zu wählen. Deswegen gehen Sie wählen, damit der Integrationsrat seine Bedeutung auch durch ihre Stimme verliehen bekommt. Und diese Integrationsräte ist das beste Mittel gegen den Paternalismus, damit nicht die anderen, was wir wünschen, was wir auch für ein Interesse haben, diktieren, sondern dass wir selbst bestimmen können. Vielen Dank.